Ja, Freunde, hier bin ich wieder. Wir haben keine Müden gescheut, um hier hinzukommen an dem höchsten Wasserfall Europas in Bayern am Königssee. Und falls ihr das auch mal erleben möchtet, geht einfach auf hh360v.com und bucht ein Hotel, ein Apartment oder eine Ferienwohnung auf hh360v.com. Und dann könnt ihr auch so ein Panorama genießen. Ich danke euch. Bis bald.